Lieber Videofreund, wir vom Film sind krass, ihr auch bald shit in the house, jo. Lieber Videofreund, wir von der Film sind krass. Ich bin da gegangen, der schöne Auwald von Deutschland. Oh, guck mal, da ist der Frühling, da kommen schon die Schmetterlinge. Ich zeig euch mal, die schöne Schmetterlinge kommen hier. Und setze sich hin, oh jetzt fliegt er weg, kommst zu mir. Aber ist schon wieder weggegangen. Ich bin von der Sook die Bärlauch, von das Essen wie die Knoblauch zu, weil die schmeckt mir so gut. Mm, yum, yum in meinem Bauch. Wenn ich finde, sage ich schon bescheid. Ja, ich habe schon gefunden hier, ich glaube, das ist schon der Bärlauch hier. muss gucken, wenn die Rückseite von der Blatt, das ist keine Vergiftung. Ja, das sieht aus drein aus, wenn der glänzt. Du kannst nichts essen, Lisa, ich probiere jetzt mal. Der schmeckt ein bisschen wie der Knoblauch. Mm, yum, yum, yum. Lieber Videofreund, wir vom Film sind krass. Krass, wir sind krass. Besonders heißen, ich habe schon wieder nur Gras auf dem Korb. Ich bin doch nicht so ein Rufer oder so. Wie heißen diese, was ruft der überhaupt? Ist mir viel zu gefährlich, wenn die auf den Rooftop rumklettern. Aber wie ein Affe kann man schon auf den Bäumen klettern. Das ist ja normal. Das macht ja jeder. Oder? Ich bin schon. Aber man muss sehen, auch gut, gut. Man muss auch sehen, gut. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Immer. Balance. Die. Balance. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja.